Und jetzt geht es hier los mit Durchgang 2, die Schalker mit dem Anstoß. Abwehr klebt an ihm, aber dennoch gute Ballannahme. Gut gespielt, Ball geht nach außen. Kann er was draus machen? Könnte gefährlich werden. Dann zieht er ab und den Schuss repariert, aber der Ball bleibt im Spiel. Und hier sehen wir die nächste Bundesliga-Partie der Heimannschaft. Ah, das könnte was werden jetzt. Fängt diesen Ball ab. Kein Tor in der Szene, die Fans fassen es nicht und ich glaube, er selber kann es auch nicht fassen. Jetzt bekommt er seinen Abgang. Super Spiel und jetzt hat er Feierabend. Ständig präsent, dem Spiel seinen Stempel aufgedrückt. Tolle Leistung. Schöner Pass. Gut in den Lauf gespielt. Die Chance! Bei Schalke wird es einen Wechsel geben, Buschi. Ja, soll noch mal ein neuer Impuls von der Bank kommen. Kein Tor! Da blocken sie den Ball gerade noch ab. Die Ecke kommt rein. Ja, könnte was werden. Also, wenn er so hingeht, was soll Schiri machen? Gelbwürdige Aktion. So, und jetzt sind hier noch 30 Minuten zu absolvieren. Am Ende geht der Transfer also über die Bühne. Da gab es ja schon länger entsprechende Gerüchte. Ein echter Coup, Wolf, wenn du mich fragst. Alle Beteiligten dürfen froh sein, dass es jetzt zu einer Einigung gekommen ist. Guter Zweikampf. Klasse Pass. Kein weiteres Tor für ihn. Also zumindest in der Szene nicht. So langsam entwickelt sich ein Duell zwischen dem Spieler und dem Torwart. Letzterer diesmal mit dem besseren Ende. Da können sie klären. Da wäre jetzt Platz. Da kann er ihn stoppen. Da wäre jetzt viel Platz für den Konter. Ja, jetzt müssen sie aufpassen. Den Ball kann er klären. So langsam wird es gefährlich. Johann Ansuana. Was macht er draus? Sieht gefährlich aus. Jetzt vielleicht. Und da klingelt es im Kasten. Und der Gegner strahlt nicht mehr allzu viel Gefahr aus. Ich denke, das Ding ist durch. Foul, aber Vorteil. Geht erstmal weiter. Den Ball spielt er raus. Das sieht durchaus vielversprechend aus. Jetzt könnte er die Flanke in den Strafraum bringen. Guter Versuch. Guter Versuch. Und jetzt sind noch acht Minuten zu spielen. Gute Aktion. Und jetzt die Chance. Der geht nicht rein. Jetzt vielleicht. Macht er gut. Jetzt ist es gefährlich. Da haben sie den Ball. Gut gemacht. Klar sind sie hier vorne. Kurz vor Spielende. Es sieht alles richtig gut aus. Deine Einschätzung? Der Sieger dieser Partie wird vermutlich Schalke heißen. Es dürfte ein klarer Sieg werden. Alle haben heute überzeugt. Und das lassen die sich nicht mehr nehmen. Klasse Pass. Junge, war das knapp. Na, da können sie jetzt durchatmen da hinten. Da waren sie doch noch zur Stelle. Der Schlussgriff. Das war's. Der Schlussgriff. Das war's.